Willkommen zum Freigeist Nummer 14. Ich werde heute erneut einen Ausflug ins juristische unternehmen. Schon die letzte Folge des Freigeistes handelte ja von der Ablösung der historischen Staatsleistungen an die Kirchen. Das geht auf eine Rechtsnorm der Weimarer Reichsverfassung zurück, hat also einen juristischen Hintergrund. Und wir hatten in einer früheren Folge auch schon über Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts gesprochen. Das sind ja alles nachwirkende Sonderrechte der Kirchen, die längst unzeitgemäß und gesellschaftlich unangemessen geworden sind. Heute nun soll es um zwei andere Aspekte kirchlichen Einflusses gehen, allerdings nicht um Sonderrechte der Organisation Kirche in eigener Sache, sondern heute geht es um den Einfluss christlicher Moralvorstellungen auf den Gesetzgeber, ein Einfluss, der ja oft unterschwellig und indirekt ausgeübt wird. Konkret, es geht um das leidige Thema Lebensschutz. Lebensschutz am Anfang und am Ende des Lebens. Am Anfang des Lebens, nun ja, da steht die Abtreibungsfrage juristisch hoch umstritten, seit Jahrzehnten immer gewesen. Und am Ende des Lebens soll es heute gehen um das Thema Suizidbeihilfe. Auch das seit vielen Jahren hoch umstritten. In beiden Fällen werden wir uns die aktuelle Rechtslage anschauen und woraus sich eben der aktuelle auch politische Streit speist. In beiden Fällen sind einschlägige Paragrafen des Strafgesetzbuches in letzter Zeit neu geschaffen worden und haben dann eben zu erregten öffentlichen Diskussionen geführt. Der Status des ungeborenen Lebens ist seit langer Zeit umstritten. Ich erinnere daran, dass es in Berlin ja von fundamental inspirierten Christen initiiert, den Marsch für das Leben gibt jährlich und dagegen ein Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, das natürlich das Recht der betroffenen Menschen einfordert gegenüber bevormundenden Vorgaben. Es gibt ja den alten Wahlspruch, mein Bauch gehört mir. Nun, das springt etwas zu kurz. Es geht ja nicht nur um den Bauch, sondern es geht um das, was in dem Bauch drin ist. Das heißt, philosophisch muss diskutiert werden, was ist der ethische Status des Embryos? Wie kann der angemessen beurteilt werden? Ab wann soll es da ein Lebensrecht geben? Und es ist sicherlich vernünftig, es entspricht auch den empirischen Grundlagen bei einer solch schwierigen Frage, dass man als Kriterium heranzieht, ab wann denn tatsächlich Empfindungsfähigkeit vorhanden ist bei einem heranwachsenden Embryo und somit auch ab wann von Leidensfähigkeit gesprochen werden kann oder von in die Zukunft gerichteten Interessen. Und das ist natürlich am Anfang, wenn das Ganze nur aus wenigen Zellen besteht, einfach noch nicht der Fall. Und deshalb ist da ein strikter Lebensschutz abzulehnen, der käme da viel zu früh. Das ist ja oft auch Ausdruck einer paternalistischen, also tatsächlich einer bevormundenden Grundhaltung. Lustigerweise nicht seit dem Mittelalter, sondern erst seit dem 19. Jahrhundert wird da immer die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle auch von Seiten der katholischen Kirche als das zentrale Kriterium herangezogen. Wie das überhaupt vonstatten geht mit der Ei- und Samenzelle, das ist ja Ergebnis biologischer Forschung. Also das hätte man früher ja auch in katholischen Kreisen noch gar nicht gewusst, wenn es nicht einen wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt gäbe. Aber das ist eben dogmatisch seit 1869 erst dann zu dem entscheidenden Punkt des Lebensbeginns erklärt worden, was ja vor einigen Jahren auch dazu geführt hat, dass in einem katholisch geführten Krankenhaus die Pille danach verweigert wurde bei einem Vergewaltigungsopfer. Und das hat ja auch dann politisch Staub aufgewirbelt. Nun, das ist sicher nicht die Mehrheitsauffassung, auch im katholischen Lager heute nicht mehr. Aber es gibt immer dieses Bestreben, hier ein Leben von Anfang an schützen zu wollen. Und das hat sich ja nun auch in der gültigen Rechtslage niedergeschlagen, nämlich in der Beratungspflicht, die vor Abtreibungen, also die also gesetzt wurde, nämlich die Beratungspflicht definiert die Ausnahme vom Straftatbestand. Abtreibungen sind an sich strafbar, außer man hält sich an die entsprechenden detaillierten Regelungen mit Beratungsschein und so weiter. Manchen Teilen der katholischen Amtskirche ging ja auch diese Regelung schon zu weit. Das hat ja vor etlichen Jahren dann zum Ausstieg katholischer Beratungsstellen aus dem Beratungssystem geführt und zur Kontroverse um den Verein Donum Vitae. Viele werden sich erinnern. Also immer wieder ein umstrittenes Thema. Stand der Rechtslage ist die Beratungspflicht. Das heißt, man traut es betroffenen Frauen, die sich ja wohl intensiv mit ihrer eigenen Situation beschäftigen, in einer solchen Situation, denen traut man also nicht zu, das ohne eine Zwangsberatung zu entscheiden. Naja, also bei lebensprägenden Entscheidungen kann man ja immer die Frage stellen, wie ist das mit der Beratung? Man braucht da tatsächlich oft Beratung, aber muss es denn Pflicht sein? Wieso wird zum Beispiel nicht bei Eheschließungen eine Beratungspflicht gefordert? Das könnte man dann ja auch tun. Vielleicht ist das in einem christlichen Verständnis dann so, dass die Ehe ohnehin gottgefällig ist und die reproduktive Autonomie ist aber offenbar nicht gottgefällig. Da muss man fragen, woher wissen denn die Theologen, was gottgefällig ist? Vielleicht hat ja Gott, wenn man seine Existenz und seine Schöpferrolle auf den Menschen hin denn annimmt, den Menschen ja auf Autonomie hin angelegt. Das würden liberale Theologen sich vielleicht sogar zu eigen machen können und das könnte man, wenn es denn um theologische Fragen gehen soll, dann eben entgegenhalten. Ja und nun zum aktuellen Anlass der Debatte. Da geht es um Informationen zum Thema Abtreibungen. Wie und auf welchem Wege kann man als betroffene Frau denn die relevanten Informationen bekommen? Nun, das regelt der Paragraf 219a des Strafgesetzbuches und der ist in allerletzter Zeit neu gefasst worden, ist jetzt in neuer Form seit Ende März 2019 in Kraft. Warum ist er neu gefasst worden? Was war vorausgegangen? Vorausgegangen war der Fall Christina Hänel, eine Ärztin, die auf ihrer Homepage unter der Rubrik Frauengesundheit das Stichwort Schwangerschaftsabbruch als Informationsstichwort angeboten hat. Man konnte Informationen einholen, wurde dann hingewiesen auf die Rechtslage von ihr und wurde auch mit drei Methoden des Schwangerschaftsabbruchs, also wurden Informationen übersandt. Und ja, das ist interessanterweise nach Rechtslage verboten. Auf jeden Fall verboten gewesen zu diesem Zeitpunkt. Frau Hänel ist angezeigt worden von Abtreibungsgegnern und dann von der Staatsanwaltschaft Gießen angeklagt worden wegen Verstoß gegen diesen Paragraf 219a Strafgesetzbuch, nämlich das würde den objektiven Tatbestand des Anbietens von Abtreibungsdienstleistungen beinhalten und das verstößt gegen das Werbeverbot, das in Paragraf 219a festgelegt ist. Das Ganze wurde verhandelt vor dem Amtsgericht im November 2017 und Frau Hänel wurde zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 150 Euro verurteilt. Das sind also immerhin 6.000 Euro. Nicht ganz zu vernachlässigen, das ging in die nächste Instanz. Das Landgericht Gießen hat aber das Urteil des Amtsgerichts im Oktober 2018 bestätigt. Und nun kann man fragen, ob das denn verfassungsgemäß zugeht. Der entsprechende Richter hat durchaus Zweifel an der Verfassungskonformität dieses zugrunde liegenden Artikels des Strafgesetzbuches erkennen lassen, meinte aber, dass die Zweifel nicht so erheblich seien, dass er ein Normenkontrollverfahren darauf gründen wolle. Das heißt, er hat das Ganze nicht direkt ans Bundesverfassungsgericht überwiesen, aber es ist Revision möglich und diese Revision wird sicher auch erfolgen. Frau Hänel ist ja unterlegen, das heißt, diese Auseinandersetzung kann weitergeführt werden bis zum Bundesverfassungsgericht und dann wird ja geklärt werden müssen, ob das Informationsrecht mit der Begründung, dass man keine Werbung für Schwangerschaftsabbrüche haben will, auf die Weise eingeschränkt werden kann, wie das hier geschieht. Ich beziehe mich hier auf Informationen des Instituts für Weltanschauungsrecht, die man im Internet findet, das IFW. Nach Auffassung des Instituts für Weltanschauungsrecht ist der Paragraf 219a Strafgesetzbuch verfassungswidrig. Das heißt, es ist hier in den Unterlagen ganz eindeutig. Es hat damit zu tun, dass hier tatsächlich spezielle religiös-weltanschauliche Vorstellungen Regelungen beeinflusst haben, Regelungen prägen, die für alle Bürger selbstverständlich auch für die Nichtreligiösen dann gelten und verbindlich sind. Das heißt, man kann den Verdacht haben, dass es hier letztlich um die Durchsetzung einer religiös-bestimmten Sittlichkeit geht und das kann nicht Aufgabe von Strafnormen sein, die der säkulare Staat, der ja weltanschaulich neutral zu sein hat, dann für alle erlässt. Ja, nicht nur das IFW hat Stellung genommen, auch die Humanistische Union, eine Bürgerrechtsbewegung, es gibt eine Stellungnahme von Rosemarie Will zur Überarbeitung dieses Paragrafen 219a. Das ist ja politisch verhandelt worden, man wollte das Ganze entschärfen, man wollte die Informationen für die betroffenen Frauen dann doch etwas leichter zugänglich haben, man wollte das nicht sofort kriminalisieren, aber in der Großen Koalition haben die Parteien mit dem C dann doch Wert darauf gelegt, dass da nicht völlige Informationsfreiheit herrscht, sondern dass es weiterhin sehr restriktiv bleibt und Frau Will weist darauf hin, dass der Vorschlag der Überarbeitung, wir werden uns das dann im Text des Paragrafen gleich noch genau anschauen, dass dieser Vorschlag einfach keine Rechtssicherheit schafft, die genauen Grenzen, welche Art der Informationsgabe dann noch legitim sind, noch legal sind und welche nicht, bleiben unscharf. Und wenn es nun darum geht, tatsächlich fragwürdige Werbungen für solche Dienstleistungen zu verhindern, dann wäre das natürlich auch auf anderen juristischen Wegen bereits möglich. Also es würde auch schon gegen die berufsrechtlichen Regeln verstoßen und man könnte das Ganze durch Ordnungswidrigkeitenrecht ebenso gut erfassen. Man bräuchte also eigentlich diesen Paragrafen nicht, zumal man in dieser Regelung, wie Frau Will auch schreibt, einen unverhältnismäßigen Eingriff auch in die Berufsfreiheit von Ärzten sehen kann. Ja, es gab, als der Referentenentwurf vorlag, Ende Januar, Anfang Februar auch eine Stellungnahme des schon erwähnten Instituts für Weltanschauungsrecht, wo fünf Gründe genannt werden, warum auch die Neuregelung nicht zielführend ist, nämlich der Zugang zu Informationen und auch die Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte, das war ja das erklärte Ziel, wird nicht oder nur unzulänglich erreicht, ist ein Punkt. Der zweite Punkt entscheidend für die betroffenen Frauen ist die Unterversorgung mit diesen medizinischen Dienstleistungen, dem wird aber gar nicht abgeholfen, durch diese Art die Informationen zu regeln. Der dritte Grund ist eine verfassungswidrige Vorfeldkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, die hier vorlag, wird auch durch die Neuregelung keineswegs beendet. Darin kommt zum Ausdruck viertens fehlende weltanschauliche Neutralität des zugrunde liegenden Schutzkonzeptes. Das ist ja auch in unserem Kontext eigentlich ein entscheidender Punkt, wieso so eine Art des Zustandekommens juristischer Regelungen einfach ärgerlich ist, weil die weltanschauliche Neutralität eben nicht gut verankert ist im Denken der Legislative. Und als fünfter Grund wird hier genannt, dass das anbieten oder ankündigen rechtswidriger Abtreibungen tatsächlich auch mit geringeren juristischen Mitteln ohne diesen Paragrafen 219a möglich wäre, als Ordnungswidrigkeit hätte das bereits hinreichend adressiert werden können. Also das IFW hat hier auch Stellung genommen. Gleichwohl ist die Neufassung des 219a verabschiedet worden. Sicherlich gut für den Koalitionsfrieden, nicht gut für die Informationsfreiheit, nicht gut für die Rechtssicherheit. Jetzt wollen wir uns diese Strafnormen aber auch mal tatsächlich anschauen. Also ich will ja nicht voraussetzen, dass die Hörer des Freigeists immer ein Strafgesetzbuch mit sich herumtragen. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Da gibt es also einen Abschnitt, wo es um Straftaten gegen das Leben geht. Mord und Totschlag kommen da natürlich vor. Und dann Paragraf 216, Verbot der Tötung auf Verlangen. Paragraf 217, Verbot geschäftsmäßiger Förderung der Selbsttötung. Darauf kommen wir dann gleich nochmal zurück. Das ist also das Thema Lebensschutz am Lebensende. Dann kommt der berühmte Paragraf 218, der ist mehrfach neu geregelt worden in den letzten Jahrzehnten. Paragraf 218a definiert die Bedingungen der Straflosigkeit, wann also der Tatbestand des 218 nicht verwirklicht ist. Das ist da ausführlich und detailliert geregelt. Der Paragraf 219, der regelt die Pflichtberatung, die ja vorgesehen ist, in dieser Form seit Mitte der 90er Jahre. Und dann kommt eben der Paragraf 219a, von dem wir jetzt schon die ganze Zeit geredet haben. Den lese ich mal vor. In der Fassung vom 29. März 2019, Paragraf 219a, Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Absatz 1. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise erstens eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder zweitens Mittelgegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 2. Absatz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn Ärzte oder aufgrund Gesetzes anerkannte Beratungsstellen darüber unterrichtet werden und so weiter. Das heißt also, die Profis dürfen die Information vollumfänglich bekommen. Absatz 3. Das regelt also dasselbe bezüglich der Mittelgegenstände und Verfahren und so weiter. Das darf in die Hände von Profis geraten. Absatz 4 sagt, Absatz 1 gilt nicht, wenn Ärzte, Krankenhäuser oder Einrichtungen erstens auf die Tatsache hinweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche unter den Voraussetzungen des Paragrafen 218a vornehmen oder zweitens auf Informationen einer insoweit zuständigen Bundes- oder Landesbehörde, einer Beratungsstelle nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz oder einer Ärztekammer über einen Schwangerschaftsabbruch hinweisen. Ja, dieser Absatz 4. ist jetzt neu und der sagt also, dass der strafbewährte Absatz 1, dass das also in bestimmten Fällen nicht gilt, nämlich dann, wenn nur darauf hingewiesen wird, wer im Prinzip solche Schwangerschaftsabbrüche anbietet, aber dann keine weiteren Informationen dabei sind, sondern die weiteren Informationen, die sind dann wieder nur über Beratungsstellen zu kriegen. Also das ist so, ein bisschen Information darf rausgelassen werden, ja, aber die volle Information nicht. Das hat eben wieder mit dieser Logik der Beratungspflicht zu tun. Man möchte da etwas vorschalten, sozusagen die Profis. Und ja, das ist letztlich eine Reglementierung der Informationswege. Und man muss ja fragen, ob eine Reglementierung von Informationswegen in unserer Informationsgesellschaft, in der ja andererseits immer gesagt wird, die Bürger sollen mündig sein, sollen sich selbst informieren, ob das denn in die Zeit passt und ob das denn sinnvoll ist. Was steckt dahinter? Es steckt dahinter die Angst vor Werbung. Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch. Aber ist das tatsächlich etwas, was man durch Werbung beeinflussen kann, ist die Situation der Betroffenen nicht so ernst, dass die aufgrund, ja, einfach ihrer eigenen Einschätzung, unbeeinflusst von äußerer Werbung von jemand, der etwa mit so einer Dienstleistung Geld verdienen will, dann doch in der Lage sein werden, diese Entscheidung zu treffen. Also die Frage ist, wie weit reicht die Schutzpflicht des Staates in solchen heiklen Fällen? Man wird wohl sagen dürfen, aus humanistischer Sicht, dass sie jedenfalls nicht so weit reicht, dass sie die Betroffenen vor ihrer eigenen autonomen Entscheidung schützen müsste. Das kann nicht Aufgabe des Staates sein. Insofern bringt also diese Novelle des Paragrafen 219a eine kleine Entspannung. Das war ja das Ziel gewesen, dass also Ärztinnen wie Frau Hähnel nicht mehr so ohne weiteres verurteilt werden können wie vorher oder aus Sicht des Gerichts verurteilt werden müssen, wenn die entsprechende Rechtsnorm gilt. Also das wollte man entschärfen. Aber es bleibt eben kompliziert, es bleibt restriktiv und ist insofern, ja, in einer informationsfreien Gesellschaft überaus merkwürdig und unerfreulich. Ja, kommen wir zum zweiten Streitfall, zum zweiten Kapitel eines völlig überzogenen Lebensschutzes, nämlich am Lebensende. Die Suizidbeihilfe, also die Hilfe für Menschen, die sich aus ihrer Situation heraus entschlossen haben, nicht weiter leiden zu wollen. Der Paragraf 216 Strafgesetzbuch verbietet ja die Tötung auf Verlangen. Tötung auf Verlangen würde heißen, man bittet jemand anderen, das eigene Leben zu beenden. Und ja, auch darüber kann man streiten, aber es ist dann ja eine andere Person einbezogen. Und dass man das ausschließen will, verweist auf das Prinzip der Tatherrschaft. Also Freitod oder wie manche sagen Selbstmord, also das eigene Beenden des eigenen Lebens, das ist nicht strafbar. Und das setzt eben voraus, dass die Tatherrschaft bei der Durchführung bei dem Betroffenen selbst ist. Was ist nun aber, wenn derjenige nicht mehr richtig handlungsfähig ist oder wenn er die Mittel gar nicht hat? Dann ist er auf Hilfe angewiesen. Und ja, das regelt also der Paragraf 217 Strafgesetzbuch. Der will nämlich die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung ausschließen. Hintergrund, vor ein paar Jahren waren Organisationen, die eine solche Hilfe anbieten. Das wollte man kriminalisieren. Und ich lese einfach die aktuelle Fassung des Paragraf 217 Strafgesetzbuch vor, weil er so unschön ist, das muss man sich mal anhören. Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Absatz 1. Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 2. Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger, das in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahe steht. Okay, also eine entscheidende Vokabel ist geschäftsmäßig. Und in der Tat, wenn man sich vorstellt, da will jemand Geschäftler machen mit dem Tod anderer, dann kann das ja sehr wohl anstößig wirken. Aber in juristischen Kontexten heißt geschäftsmäßig auf Wiederholung angelegt. Und das ist natürlich bei all denen der Fall, die in diesem Bereich Erfahrung haben und die oft mit großem Verantwortungsgefühl als Ärzte bereit wären, Menschen beizustehen in dieser allerletzten Phase des Lebens, in denen sie eine Hilfe nicht nur beim Sterben, sondern auch zum Sterben brauchen. Und deswegen ist also diese Formulierung höchst angreifbar und erstaunlich und aufschlussreich sind ja auch die Ausnahmen. Also Angehörige möchte man nicht kriminalisieren, schön und gut, aber die Fachkompetenz über entsprechend wirkende Mittel haben in der Regel ja nicht die Angehörigen, sondern haben Ärzte. Und bei einem derart ernsthaften Thema ist es schon erstaunlich, dass man nicht auf professionelle Fachkompetenz setzt, sondern dass man den Angehörigen dann eine straffrei bleibende Rolle zuschreibt, die auch keineswegs frei von Missbrauchsgefahren ist, denn es ist ja wohl denkbar, dass Angehörige ein gewisses, vielleicht ein gesteigertes Interesse daran haben, dass es mit dem Leben eines nahen Verwandten zu Ende geht. Man kann da ja an Erbfälle und so weiter denken. Also es ist keineswegs so, dass es in irgendeiner Hinsicht ungefährlicher ist, dass man das den Angehörigen überlässt. Sonst würde man ja auch auf ein Profiprinzip sozusagen setzen. Und nun ja, diese Regelung, die im Dezember 2015 in Kraft getreten ist, hat mehrere Verfassungsbeschwerden auf sich gezogen, von denen einige auch angenommen wurden, vom Bundesverfassungsgericht behandelt werden. Und in der Tat hat es jetzt erst Mitte April 2019 eine Verhandlung zweitägig vor dem Bundesverfassungsgericht gegeben, mit ganz interessanten Aussagen auch des Präsidenten Andreas Voskuhle, der nämlich darauf hingewiesen hat, dass das Recht auf Suizid den Status eines Grundrechts hat. Also auch nach Einschätzung des Europäischen Gerichtshofs und nach Lage der Menschenrechte. Und es ist ein Zitat von Voskuhle veröffentlicht worden in diesem Zusammenhang, das lautet, und dann ist es die Aufgabe des Gesetzgebers, einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen man dieses Grundrecht verwirklichen kann. Für diese Menschen brauchen wir einen Weg. Zitat Ende. Das lässt also hoffen, dass der Paragraf 217 Strafgesetzbuch vielleicht vor dem Bundesverfassungsgericht nicht Bestand haben wird, jedenfalls nicht in der jetzigen Form. Ein Urteil ist noch nicht verkündet, damit ist in den nächsten Wochen oder Monaten zu rechnen. Diese Sache bleibt jedenfalls spannend. Ich kann in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass es bereits im März 2017 ein interessantes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gegeben hat, also nicht Bundesverfassungsgericht, sondern Bundesverwaltungsgericht, wo es nämlich darum ging, ob Schwerstkranke, ob denen der Kauf einer Selbsttötungsarznei verwehrt werden darf oder nicht. Das betrifft das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das Urteil lautete, dass die Erlaubnis zum Kauf einer tödlichen Dosis Natrium-Pendobarbital gewährt werden muss, damit also die Möglichkeit, den eigenen Tod herbeizuführen, wenn das denn durchdacht ist, auf Überlegung beruht und auf erheblichem Leiden beruht und es zur Linderung dieses Leidens keine anderen Wege gibt. Das sind also so Bedingungen, klarerweise sinnvolle Bedingungen aus Vorsichtsgründen und um das Ganze einzuschränken. Aber wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann darf dieser letzte Ausweg eben nicht nur theoretisch und scheinbar gegeben sein, sondern dann muss das zugehörige Institut die Mittel auch abgeben an die Betroffenen. Und jetzt ist bemerkenswert, dass daraufhin der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verfügt hat, dass dieses Institut die Mittel nicht abgeben soll. Das heißt, er hat verfügt, dass dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bis auf weiteres nicht umgesetzt wird. Zur Begründung hat er gesagt, man möchte die Klärung durch das Bundesverfassungsgericht abwarten, auch in Zusammenhang mit dem Paragrafen 217. Und das hat natürlich entsprechende Reaktionen ausgelöst, beispielsweise von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, die dieses Verhalten als inakzeptabel und grob rechtswidrig bezeichnet hat. Mit diesen Worten zitiere ich Sonja Schmidt, die Vizepräsidentin der DGHS. Auch diese Stellungnahme kann man im Netz finden. Es handelt sich also bei diesem Verhalten des Ministers tatsächlich um eine Einschränkung des Selbstbestimmungsrechtes schwer betroffener Menschen, die keinen anderen Ausweg sehen. Warum tut ein Minister so etwas? Das tut er wohl nicht nur wegen einer Rechtsauffassung, also das Urteil war ja eben gerade in die andere Richtung gehend, sondern offenbar wegen Moralvorstellungen, die er selbst hat und die ihn davon abhalten, ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts umzusetzen. Das ist erstaunlich. Das hat offenbar mit dem Gewissen der Handelnden zu tun. Und dieses Gewissen scheint geprägt zu sein von althergebrachten, in diesem Fall christlichen, bevormundenden Vorstellungen, die Lebensschutz um jeden Preis bis zum Ende als hohen Wert ansehen. Lebensschutz auch gegen die erklärten, reflektierten Interessen des Betroffenen. Und das geht eben so weit. So eine Einstellung ist auch eigentlich nur verständlich, wenn man der Meinung ist, dass das Leben nicht dem Lebenden selbst verfügbar ist, sondern dass das Leben gewissermaßen ein Wert höherer Art ist, auf den wir als Menschen nicht einwirken dürfen. Und ja, da spürt man natürlich die göttliche Allmacht, die sich hier herabsenkt auf die Unmündigen. Legitim könnte sein, eine Angst vor der Ausbreitung dieses Schlussmachens am Lebensende verbunden mit einem latenten Druck auf die noch Lebenswilligen. Das ist ein Argument, das immer wieder gebracht wird, dass das sozusagen auf die schiefe Bahn führt, dass es zu einem sozialen Druck führt. Nur wenn man das Ganze von einer aufgeklärten Warte betrachtet, wenn man das Ganze als Humanist betrachtet, dann muss man sich ja auch an Fakten orientieren. Und dann ist ein entscheidendes Faktum, dass für viele Betroffene am Ende des Lebens es in gewisser Weise beruhigend wirkt und es den Zugriff hinausschiebt, wenn sie wissen, dass sie im Zweifel ein Mittel für den letzten Weg hätten. Das führt dann eben oft dazu, dass man es gar nicht verwendet, sondern dass man die letzte Zeit sozusagen mit einer Rückversicherung noch verbringen kann. Das ist auch ein wichtiger Teil der Empirie. Das muss dann auch in die Rechnung einfließen und dann würde es also genügen, sozusagen eine ungute Kommerzialisierung auszuschließen, aber ansonsten den Betroffenen den Zugriff zu erlauben. Übrigens hat in Zusammenhang mit dem Paragrafen 217 auch der schon erwähnte Andreas Voskule darauf hingewiesen, dass eine gestiegene Zahl an Suiziden, wenn es denn dazu käme, durchaus auch ein Zeichen dafür sein kann, dass mehr Menschen von ihrem Grundrecht Gebrauch machen. Also es ist eben aus säkularer Sicht nirgends vorgegeben, dass das Ziel auf jeden Fall sein müsse, die Zahl von Suiziden zu senken, sondern das hängt dann noch davon ab, wie sie zustande kommen und wie das Ganze zu bewerten ist. Das ist eben, es ist einfach nicht von vornherein vorgegeben, dass Lebensverlängerung und die Vermeidung eines Suizids immer der oberste wert sein muss. Also vielleicht nochmal plakativ gesagt, aus dem Recht zu leben folgt einfach keine Pflicht zu leben. Ja, das waren die beiden Beispiele eines überzogenen, sozusagen eines ideologischen Lebensschutzes. An dieser Stelle lässt die Rechtsordnung die Säkularität und weltanschauliche Neutralität vermissen. Und das ist ein großes Thema. Ich möchte zum Schluss noch darauf hinweisen, dass es genau zu diesem Thema weltanschauliche Schlagseite, religiöse Dominanz in unserer Rechtsordnung eine weitere Buskampagne geben wird. Viele werden sich erinnern, dass es 2009 die erste säkulare Buskampagne gab, unter dem Schlagwort Gottlos glücklich, also man kann sehr wohl ohne Religion leben. Nun, 2019 wird es eine zweite säkulare Buskampagne geben, veranstaltet von der Giordano Bruno Stiftung in Kooperation mit dem IPCA, dem Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten und dem humanistischen Pressedienst HPD. Und dabei geht es einfach darum, diese Schieflagen unserer Rechtsordnung in verschiedenen Bereichen zum Thema zu machen, dafür Öffentlichkeit zu erzeugen. Das Ganze findet statt im Mai. Stadt ist am 4. Mai in Berlin. Und dann tourt der Bus durch Deutschland. 25 Städte werden angefahren. Man findet den Tourplan und die genauen Ziele der Aktion auf der Webseite www.schlussmachen.jetzt. Schlussmachen in einem Wort.jetzt. Und ja, ich darf hier aus lokaler Sicht sagen, für Cortices am 19. Mai wird der Bus in Nürnberg sein und am Abend des 19. Mai um 19 Uhr wird es dann eine Veranstaltung geben mit Christina Hähnel, mit der erwähnten verurteilten Ärztin im Marmorsaal des Presseclubs. 19 Uhr in Nürnberg. Das wird sicher eine spannende Veranstaltung. Viele weitere Begleitveranstaltungen gibt es im Rahmen dieser Bustour in unterschiedlichen Städten von unterschiedlichen Gruppen verantwortet. Die Informationen findet man im Internet. Das Ziel, sage ich als Zusammenfassung, ist eine Rechtsordnung ohne Vorrechte und auch ohne verdeckte Schlagseite durch religionsinfiltrierte Sondernormen, sondern es ist aus humanistischer Sicht sinnvoll und geboten, sich einzusetzen für eine Rechtsordnung, die an den Interessen der betroffenen Menschen orientiert ist und die rational nachvollziehbar ist. Dann wird sie auch die beste Akzeptanz in einer pluralen Gesellschaft finden und dann wird sie die beste Bindungswirkung entfalten in doppelter Hinsicht, nämlich Bindung der Bürger an die Rechtsnorm, also Bereitschaft, sich daran zu halten, innere Akzeptanz. Aber auch wird dann das Ziel besser erreicht, die Gesellschaft insgesamt zusammenzuhalten. Und daran besteht ja durchaus Bedarf. Ja, vielen Dank mal wieder für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Freigeist.